Ja, meine Freunde, Tag nach dem Spiel für euch. Ich nehme das Ganze jetzt am Abend auf, oder sehr spät jetzt am Abend nochmal auf. Dieses Video wird beinhalten alle Torreaktionen, also die beiden. Und damit werden wir auch gleich anfangen. Und dann gibt es natürlich auch nochmal die einzige Kritik zu den Spielern und die Art und Weise, wie wir gespielt haben gegen den VfL Bochum. Mit ein bisschen Abstand jetzt zum Spiel. Hat ja nach dem Spiel nur die ersten zwei, drei Minuten erstmal gesagt und auch gesagt, jeder von uns sollte den Sieg jetzt erstmal genießen am Abend. Und am nächsten Tag kann man sich dann Gedanken machen. Wenn ihr dieses Video seht, möchte ich gerne noch ein, zwei Sachen sagen. Und zwar zum einen werden wir heute Abend hier auf diesem Kanal auch die DFB-Pokal-Auslosung streamen. Ich glaube ab 17.30 Uhr um den Dreh geht es los, 17 Uhr oder sowas. Da werden wir dann auf jeden Fall live sein. Dann checkt auf jeden Fall einfach den Kanal ab, dann werdet ihr das mitbekommen, wenn ihr die Glocke aktiviert. Also immer gut, Deutsch da oben da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren. So supportet ihr auch den Kanal. Und ja, vorher gucken wir uns auf Twitch ein bisschen unseren nächsten Gegner an. Denn am Freitag geht es schon gegen Augsburg. Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, ich habe irgendwie die ganze Zeit Samstag im Kopf gehabt. Tatsächlich am Freitag ist schon unser nächstes Spiel. Eigentlich geil, näher dran am nächsten Spiel schon irgendwie. Aber deswegen gucken wir uns das Ganze mal auf Twitch so ein bisschen an, wie die Augsburger spielen gegen Hertha. Und jetzt gehen wir aber erstmal in die Spielanalyse rein, beziehungsweise erstmal die zwei Torreaktionen. Weiser, weiser, weiser. Flanke, weiser, flanke. Oh mein Gott. Wir machen es echt noch. Wir machen es echt noch. Weiser mit der Flanke auf Niklas Völkrug. Dein Kopf, Junge. Völkrug hier. Völkrug. Oh mein Gott, Alter. Da machst du jetzt das Ding hin. Hau den Ball mit ins Tor da. Hau den Ball mit ins Tor da. Hier. Das Trikot wie was mit. Lücke. Komm schon, Lücke. Lücke. Ja. Völkrug. 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 Hier, Junge. Hier. Du geile Sau. Stark, Mann. Ja. Ja. Nächste, du nächste, ich da. Nächste, du nächste, ich da. Lücke. Lücke. Alle drei jetzt hier in den Chat. Lücke. Hashtag Lücke. Bam, Junge. Abgeklärt. Guck mal, wie er ausgeguckt hat. Zack. In die Hand rege geschickt. Hier kannst du fliegen gehen. Zack, 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 zack. Wuhu. Ja, meine Freunde. Die Torreaktion habt ihr gesehen. Doppelpacknick, das Völkrug. Ähm, wirklich wahnsinnig wichtig. Allgemein, wie die Völkrug diese Saison drauf ist, äh, das ist schon sehr bemerkenswert, wenn man überlegt. In den vergangenen Jahren hatte der immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und weiß ich nicht. In der letzten Saison hat er dann wirklich eine sehr schwierige Anfangssaison gehabt. Eine sehr schwierige, einen sehr schwierigen Start gehabt. Hat lange gebraucht, um in den Lauf zu kommen und dann ist er explodiert. Also, gar nicht mehr wegzudenken gewesen. Ähm, eine mega gute Saisonleistung gezeigt. In der vergangenen Saison, in der Aufstiegssaison, einer der Mitgründe, warum wir auch aufgestiegen sind. Natürlich und mit vielen weiteren, aber, ähm, Völkrug war da absolut auch ein Schlüsselspiel dabei. Ähm, und das Gleiche bestätigt er jetzt gerade in der ersten Liga. Ähm, mit fünf Saisontoren, äh, ist er, äh, einer der anführenden Top-Torschützen gerade der Bundesliga. Ja, also wirklich sehr, sehr stark, was er momentan leistet. Auch jetzt gegen Bochum diesen Doppelpack, ähm, den Elfmeter eiskalt verwandelt und auch vorher nach Flanke Weiser, äh, schönes Tor gemacht. Und jetzt gucken wir uns mal die ganze Statistik erstmal nochmal an. Ich hab mir das Ganze auch nochmal aufgemacht, ähm, und es bestätigt eigentlich irgendwie meinen Eindruck, den ich auch beim Spiel hatte. Ich hab ja vorhin schon gesagt gehabt, oder jetzt für euch gestern gesagt gehabt, ähm, dass ich einfach fand, dass das Spiel sehr, sehr lange sehr offen war und Bochum absolut auch Chancen gehabt hätte, um das Spiel zu gewinnen. Ähm, und dann sähen wir halt da schon sehr alt aus. Ähm, man muss sagen, dass Bochum uns, finde ich, in der Anfangsphase sehr überrascht hat, ähm, sehr, sehr viel Druck auf den Ball ausgeübt hat, ähm, wenig Ruhe für uns, äh, am Ball war und das hat man auch sichtlich gemerkt. Es hat sich auch irgendwie über das ganze Spiel gezogen, denn ich finde, wir hatten immer wieder diese Phasen, wo wir aus eigenem Ballbesitz viel zu wenig gemacht haben. Es gab immer wieder diesen langen Ball, sehr unkontrolliert, ähm, ich glaube, dass wir uns selber damit gut getan hätten, wenn wir es geschafft hätten, ähm, aus dem eigenen Ballbesitz einfach mehr zu machen, mehr den Ball laufen lassen. Es gab eine super Aktion, ich glaube, das war auch die Chance von Völkug in der ersten Halbzeit, wo er dann aufs Tor läuft und wirklich der Ball mal über zwei, drei Stationen läuft und dann in den 16 gespielt wird, wunderbar. Dann der Torabschluss, leider nicht reingegangen, aber, ähm, das war einfach zu wenig, das war zu selten, ähm, da hat so ein bisschen die Kreativität gefehlt, auch, ähm, dann eben die Stürmer oder die Offensivaktion richtig einzubinden. Es wurde oft eben das halbe Spielfeld überbrückt über diese langen Bälle und ich glaube, dass das, ähm, nichts ist, was wir in den ersten Spielen uns irgendwo ausgezeichnet haben, sondern wir haben ja eben auch gezeigt, dass wir, also auch hier haben wir mutig Fußball gespielt, da brauchen wir nicht drüber reden, aber wir haben halt eben auch in den letzten Spielen immer wieder gezeigt, dass wir diese Angriffe auch machen können. Wir können das auch über drei, vier Stationen und wir haben auch die, also die richtigen Spieler dafür. Dennoch hat mir das so ein bisschen gegen Bochum gefehlt. Äh, ich muss erst mal sagen, dass kämpferisch mäßig war ich wieder super, ähm, begeistert bin ich jede Woche eigentlich, denn die Mannschaft gibt sich nie auf und das ist wichtig, äh, dass man da wirklich immer weitermacht, auch in schwierigen Phasen und die wirst du immer wieder haben. Gegen Stuttgart hatten wir die, äh, nach der schwierigen Anfangs-, beziehungsweise nach der guten Anfangsphase dann eine sehr schwierige, lange Phase gehabt. Gegen Dortmund, ähm, haben wir in der ersten Halbzeit, äh, uns rangetastet und in der zweiten Halbzeit wurden wir immer besser, äh, und haben auch verdient geworden gegen Dortmund. Und das kam ja nicht von ungefähr, ähm, Frankfurt jetzt zuletzt und jetzt eben Bochum. Das Spiel war so das, ähm, das absolut Spiel auf Augenhöhe. Du hast wirklich einen Gegner getroffen, ähm, der zwar null Punkte auf dem, auf dem Punkte-Radar hatte, aber eben wirklich, ähm, nicht so gespielt hat. Und das hat man Bochum auch in den netten Spielen schon, ähm, angesagt, äh, dass die immer wieder gekämpft haben, immer wieder auch versucht haben, äh, nach vorne zu spielen, mutig nach vorne zu spielen, überhaupt nicht. Das war überhaupt nicht so dieses, äh, okay, du spielst gegen Tabellen, schlusslich, da läuft vieles falsch. In der Woche gab's ganz viel Negativpresse, Trainer, Chaos, was weiß ich. Und trotzdem, äh, machen die dann ein gutes Spiel. Und das ist halt sowas, wo man sagen muss, ähm, ja, das haben die einfach gut gemacht, äh, die Bochumer. Das haben die einfach, ähm, letztendlich gut gemacht. Und deswegen hätten wir uns auch nicht wundern müssen, wenn wir dann doch das ein oder andere Tor bekommen hätten. Haben wir aber Gott sei Dank nicht. Deswegen sage ich ja auch, man kann sich über die drei Punkte freuen. Äh, muss halt eben auch nur aber anerkennen, dass Dortmund auch wirklich ein gutes Spiel gemacht hat, ganz klar. Zur Aufstellung muss ich sagen, ähm, erst mal sehr, sehr schade, dass Bill Cannon auch verletzt war. Ich hoffe, dass er jetzt am Wochenende wieder fit ist, dass er da dann eben auch wieder eingewechselt wird. Den Jungen muss man immer weiter fördern. Wollte aber auch Jungen mal loben. Ähm, ich glaube, in den letzten Wochen, ähm, es kommt manchmal so rüber, als ob ich jetzt irgendwie vielleicht auch was gegen Jungen hätte oder so. Absolut nicht. Ich sage immer wieder, ich finde die Mentalität von dem Jungen klasse. Ich finde das geil, wie der sich auch reinschmeißt, äh, der kämpft, der ackert. Aber für mich ist er halt gerade langfristig in der Perspektive gesehen eher ein linker Innenverteidiger als ein Linksaußenverteidiger. Und da sehe ich halt einfach Bill Cannon, äh, auch wenn Jungen das auch da wieder gut gemacht hat. Pavlenka auch mit zwei, drei wichtigen Paraden. Pieper immer wieder ins Laufduell dagegen. Einen wahnsinnig schnellen Holtmann. Ähm, wirklich richtig, richtig gut, äh, auch teilweise verteidigt. Einen Fehler hatte er drin gehabt, aber sonst super Leistung. Wie gesagt, Pavlenka, äh, fand ich auch gut. Hat oft, ähm, den Ball dann da eben, oder hat dann eben auch richtig gehalten gehabt. Auch wenn er da ein, zwei dumme Aktionen auch wieder drin hatte mit, mit langen Bällen und so. Aber das, das kennst du ja auch bei Pavlenka so ein bisschen. Ähm, Veljkovic und Friede, äh, genauso wie Pieper, haben es eben geschafft, das hier zu Null spielen. Deswegen will ich da gar nicht so die Kritik irgendwie jetzt zu hoch halten oder sonst was, auf gar keinen Fall. Wir haben zu Null gespielt. Das heißt, einfach auch mal Lob an die ganze Mannschaft, aber auch besonders an die Defensive, dass das eben auch so geklappt hat gegen wirklich schwierige Gegner. Zoller immer wieder durchgepresst. Asano, äh, gefühlt die Abwehr schwindelig gespielt. Holtmann mit wahnsinnig viel Tempo gekommen. Also das war auch alles nicht so einfach und deswegen, äh, will ich das an der Stelle auch nochmal sagen. Aber wieder für mich auffällig auch gewesen, Rosso, ähm, ich weiß nicht, äh, ob es wirklich so ein bisschen so dieses ist. Er ist natürlich älter, er wird auch älter. Aber, äh, für mich kommen momentan immer wieder so auch einzelne Fehler von ihm raus, äh, sowohl im Stellungsspiel, als auch, dass er dann nicht mehr hinter den Ball kommt, tempomäßig, wo ich dann schon sage, oh, ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass, ähm, dass Ole Werner da Niklas Stark gar nicht sieht, obwohl man ja auch aus Hertha-Zeiten immer wieder hört, dass er auf der Sechs am besten war. Er selber fühlt sich auch wohl auf der Sechs und trotzdem kommt er nicht in Frage, weil da Groß und Gruhef eingeplant sind. Aber dann, ähm, muss man vielleicht da eben auch nochmal den Gruhef probieren, äh, den Jungen probieren. Ähm, auch wenn ich das in dem Spiel, und das, äh, muss man da auch absolut hinzufügen, absolut verstehen konnte, dass Groß so spielt, denn wir hatten eben zwei Veränderungen im Mittelfeld. Bittencourt verletzt, vielleicht auch gegen Augsburg immer noch verletzt, sieht, stand jetzt so aus, dass er da immer noch verletzt bleibt. Das heißt, es gab eben so oder so Veränderungen, Stey ist auch rausgegangen, Romano Schmid und Niklas Schmidt reingekommen, äh, Niklas Schmidt, äh, auch mit ein, zwei, ähm, vielleicht unglücklichere Situationen gehabt, wo der Ball schneller weg war, aber auch immer wieder diese Auffälligkeiten, gute Bälle gespielt, äh, äh, super Freischuss in der ersten Halbzeit gegen den Innenpfosten Gauen, äh, hab ich selbst gedacht, dass der reingeht, das war ein superguter Schuss, und da zeigt er eben eben auch seine Qualitäten, ich glaube auch, dass wenn Niklas mehr Spielpraxis bekommt, er wirklich da eben aufblüht, weil er halt auch eben Torgefahr aus der zweiten Reihe ausstrahlt, viele Diagonalbälle auch spielen kann und sich auch mal gerne in den Rücken nochmal fallen lässt, also die ein, zwei Meter zurückmacht, um dann den Ball in die Tiefe vernünftig zu spielen, so Weise auch mehr eintrigiert, Weise hat geführt, eh wieder so einen halben Offensiv-Allrounder gegeben. Ähm, hab ich ja vor der Saison auch immer gesagt, dass wenn er in der Vorbereitung schon da gewesen wäre, hätte es mich nicht gewundert, wenn man ihn auch mal auf der Acht probiert hätte, denn er ist halt eben in der Offensiv total aktiv und immer wieder am Ball und in der Defensive sieht das halt immer ein bisschen anders aus bei Weiser, aber, ähm, ja, das waren die Änderungen, Niklas Schmidt und Romano Schmidt rein, ich würde sagen schon, dass Niklas Schmidt das bessere Spiel gemacht hat, äh, auch, ähm, wenngleich ich sagen muss, ähm, wie gesagt, im allgemeinen Mittelfeld, glaube ich, haben wir zu schnell den Ball hergegeben, also ich glaube, dass, äh, oft man über ein bisschen mehr Stationen das Ganze besser gemacht hätte, wenn man eben mehr Ballsicherheit gehabt hätte, das war aber einfach, äh, nicht, nicht wirklich da, weil eben auch Dort, äh, Dortmund Bochum gut gepresst hat, gut die Räume zugemacht hat und dann hat Werder halt eben diese, äh, langen Bälle gespielt, um irgendwie das Mittelfeld auch zu überbrücken, um dann Torgefahr auszustrahlen. Durch, wirklich, man kann's nur sagen, es tut einem echt schon so ein bisschen leid, muss man wirklich sagen, er ist, äh, immer noch wichtig für die Mannschaft, gar keine Frage, aber er muss jetzt unbedingt auch mal treffen, auch für sich selber, du merkst, dass das einfach bei ihm drin ist, hat er auch da eine Chance gehabt, wo ich gesagt habe, eigentlich, äh, ein bisschen den Rübau knallt den rein und dann war das irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein Halb-Zurückgabe zum Keeper, ähm, muss nicht sein, äh, durch Schattenqualitäten da auch einfach gefährlicher zu werden und das muss er halt jetzt auch auf den Platz mal bringen, muss aber jetzt ein Riesenlob aussprechen an Oliver Birk auch wieder, kommt rein, bringt sofort Tempo, geht die Räume in die Tiefe rein, äh, bringt Schwung in die Mannschaft, also wirklich, der Typ strahlt immer wieder Torgefahr aus, holt dann auch noch den Elfmeter raus durch sein Tempo, durch diese Schlagkraft eben und ich glaube, dass wenn Oliver Birk über die nächsten Wochen immer so weitermacht, wird das irgendwann auch ein Thema werden mit Richtung Startelf, äh, vielleicht auch wirklich als Option, Durchstand dahinter zu spielen und Lücke und Birk vorne drinne, muss man natürlich alles immer abwägen, aber, ähm, gegen die ein oder anderen Gegner könnte das auf jeden Fall zur Option werden, Niklas Stark fand ich auch in der Defensivbewegung, ähm, zweimal richtig gut, wo er wirklich mit sehr, sehr viel Tempo zurückgegangen ist und dann eben da auch den Ball geholt hat, äh, das ist genau das, was ich meine, wo ich halt so sage, wenn ein Niklas Stark zum Beispiel auf dieser sechsten Position spielt, dann hast du natürlich da auch wirklich direkt ein viel größeres Tempo auch hinter dem Ball und jemanden, der in der Luft auch sehr, sehr gut ist, also mit Pieper hast du ja eh schon so jemanden und dann mit Stark hättest du eben nochmal so eine Absicherung, gerade bei höheren Bällen, ähm, wäre einfach eine Option und man sieht ja offensichtlich aktuell, dass in der Innenverteidigung eigentlich nichts groß variiert wird und eigentlich ist es fast schon zu schade, Niklas Stark immer draußen zu lassen, ihm dann da keine wirkliche Chance auf die Startelf zu geben, bin aber gespannt, wie es in den nächsten Wochen wird, ähm, das muss man auf jeden Fall natürlich ergänzend auch noch dazu sagen. Ja, Nikolaj Rapp und Jens Stey haben dafür eben auch noch gesorgt mit Gruev, ähm, das ganze Ding dann eben, um die, über die Zeit auch zu schaukeln und, äh, das hat auch alles am Ende funktioniert. Ich kann letztendlich nur sagen, als Gesamtfazit, äh, würde ich es jetzt einfach mal nennen, ähm, dass ich sehr zufrieden bin, äh, weil wir einfach drei Punkte auch wieder geholt haben, wir haben acht Punkte jetzt nach fünf Spieltagen, ähm, das, äh, ist auf jeden Fall besser, als wie viele gedacht hätten oder auch wie ich auch gedacht hätte, wir sind jetzt gut in die Saison reingestartet, müssen so weitermachen gegen Augsburg, das Ganze bestätigen, dann auch mal im eigenen Stadion, äh, wirklich zu punkten, wäre natürlich schon auch wichtig, auch für die Mannschaft, ähm, ich bin aber da sehr optimistisch, deswegen sage ich, glaube ich, ich bin sehr gespannt auf das Augsburg-Spiel jetzt, aber, ähm, das ist, glaube ich, eine gute Sache, ja, und dann bin ich gespannt, äh, wo die Reise dann erstmal hingeht nach Augsburg, ähm, denn dann kommen schwierige Spiele oder sehr schwierige Spiele gegen Leverkusen, aber, ja, für den Moment ist es erstmal gut gegangen, äh, auch wenn gleich, wie gesagt, äh, nicht alles, äh, so gelaufen ist, wie man sich vielleicht vorgestellt hätte, man manche Sachen anders hätte machen können, aber, ähm, nochmal, Bochum auch wirklich ein ambitioniertes, also einen sehr ambitionierten Auftritt da gemacht, muss man einfach sagen. Ja, äh, ich glaube, das klingt, äh, alles so ein bisschen, äh, fast schon zu negativ, wie gesagt, ich bin trotzdem natürlich mit all dem glücklich und, ähm, mache ja das Video immer bewusst auch so ein bisschen abseits dann nochmal vom Spiel, um eben einfach auch nochmal zu sagen, was dann vielleicht mir auch nicht so gepasst hat oder was ich auch gut fand, wie gesagt, Glück habe ich da ja auch sehr gelobt gehabt, ähm, und auch die Verteidigung, dass wir da jetzt echt zu Null gespielt haben, war sehr, sehr toll, aber eben, äh, so im Mittelfeld, da, da hat einfach so ein bisschen auch was gefehlt, auch im Bereich da auf der 6, äh, Grosso, das, ähm, aber ja, gucken wir mal, äh, wie es gegen Augsburg aussieht, ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, wie ihr das Spiel gesehen habt, wie ihr es empfunden habt, können wir uns da ein bisschen in den Kommentaren austauschen, dann bin ich sehr gespannt auf unser nächstes Spiel und würde sagen, ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Sonntag noch, bis zur Pokalauslosung, ich hoffe, ihr seid dabei, bis dahin, euer Nico und ciao. Vielen Dank.